Guten Morgen Leute, was geht? War das Hannes am Start? Erstmal gute Laune hier am Start, bisschen Musik hören, bisschen Black Ops 3 zocken Natürlich sieht man es jetzt nicht so gut wegen der scheiß Frontnummer von dem Handy hier, aber egal Auf jeden Fall mal gucken, ob ich das ein oder andere Live-Computer wieder spielen kann Und ja, hier seht ihr auch mein neues Headset, HyperX Cloud, habe ich bis jetzt noch gar nicht so gezeigt Heute kommt ein Video, wo ich mit dem Headset hier aufgenommen habe, mit dem Mikrofon vor allem Und ja, das Video wird zwischen 2 und 3 Uhr online kommen Muss ich mal schauen, wann genau ich es raushau Und ja, gönnt euch das Teil einfach mal später Ich hoffe, euch geht es allen gut, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschau!